Ich bin nicht schwanger und ich hab schon einen Fruchtbarkeitstest gemacht. Warum sagst du nicht, er soll sich auch testen lassen? Ah, wenn's um seine Männlichkeit geht, ist Turk überempfindlich. Einmal hab ich gesagt, sein Rucksack sieht aus wie ein Täschchen. Turk, Schatz, das hab ich nicht so gemeint! Ich bin ein Mann! Und ein Mann hat nie ein Täschchen dabei! Ja, aber wenn du ihn nicht zum Test schicken kannst, was willst du denn dann machen? Ist doch klar, ich zapfe ihm einfach was ab. Völlig klar.